Ich muss auch ein bisschen was dazulernen, das geht ja nicht so. Ja, gut, dass du das erst in der 400. Folge sagst. Wie bitte? Wie bitte, weiß. Hey Leute, was geht? Kanye mit? Na, mit wem wohl? Nina, dem Adidas Girl, juhu. Und Leute, oh Gott, wir sind ja gar nicht mehr im Kreativmodus. Tut mir leid, tut mir leid. Ja, jetzt auch. Ihr habt's gehört, wir sind im Überlebensmodus und diesmal müssen wir zusammen kämpfen. Nicht gegeneinander, sondern zusammen. Hast du gehört? Ja, ja. Hallo, hör auf mich hier zu schlagen, Mensch. Du hast mich als erstes gehauen. So, und du kannst dich direkt an die Arbeit machen und hier mal ein bisschen was abbauen. Ja, wir brauchen nämlich Werkzeuge. Und dann, ah, guck mal, hier sind auch schon, wir kriegen auch Schafswolle hierher, denn bei unserem Spawnpunkt haben wir auch direkt Schafe mit dabei. Dann können wir unsere Betten schon mal craften. Dann können wir ja nachts schlafen. Dann müssen wir nicht gegen die blöden Zombies kämpfen. Ja, der Baum wird gar nicht weniger, wenn ich da drauf haue. Doch, du musst durchgehend drauf hauen. Ach so, genau. Dann sind wir wieder bei den Anfangsproblemen von Nina. Darf ich kurz nochmal daran erinnern? Das ist die Nina, für die ihr ständig stimmt. Möchte ich nur noch mal... Die sympathisieren mit mir, weil die selber keine Ahnung hat. Nein, das stimmt auch gar nicht. Jeder fängt mal klein an. Das stimmt auch gar nicht. Wie? So. Wenn da bestimmt auch ein paar Leute, die sich nicht so gut auskennen. So, Nina, ich mache ein paar Werkzeuge auch für dich, wenn du möchtest. Ich habe jetzt sechs Holz. Ich wusste ja nicht, dass man gedrückt halten kann. Ich dachte, man muss die ganze Zeit klicken, deswegen hat das so lange gedauert. Okay, dann machen wir noch eine. Und dann machen wir auch eine Steinachs. Ne, eine Holzachs. So, ich habe schon Werkzeuge für dich parat. Ja. Warte. Ich mache einmal das hier mal in der Werkbank ab, weil dann können wir eigentlich schon uns auf den Weg machen. Genau. Hier, hier, warte, 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 warte. Warte, ich muss kurz das Schaf erlegen. Hier. Habe ich ja jetzt eigentlich auch. Hier hast du einmal dein Ding. Und hier hast du eine Axt. Und mit der Axt, da hast du den größten Angriffsschaden, den höchsten Angriffsschaden. So, und ich würde sagen, wir bewegen uns hier in diese Richtung ein bisschen. Was sieht da ganz gut aus? Ja, ja, Kahn gibt wieder den Ton vor. Ja, sonst sag du ruhig. Ich habe hier die Schafe entdeckt. Und Fleisch. Oh, guck mal, hier geht es direkt auch runter. Da könnten wir eigentlich auch direkt... Oh, da gibt es auch Eisen sogar. Möchtest du hier runtergehen? Können wir gleich mal machen. Aber ich würde jetzt erstmal ein bisschen Wolle und nochmal ein bisschen Holz abbauen. Hier ist ein Pilz. Ein Pilz. Wo sind denn die Schafe jetzt alle hin? Hier ist noch ein. Hier sind noch welche. Folg mir. Weißt du, wo ich bin? Bist du da beim Loch? Noch weiter sozusagen, geradeaus. Auf so einer Anhöhe sind dann die Schafe. Ah ja, ich sehe schon. Wie du wieder wild umher kämpfst. Die armen Schafe. Hey, hast du mich gerade gehauen? Nein. So, ich würde sagen, wir gehen in das Loch, Nina. Nina, zurück zu... Da war aber noch ein Schaf. Ja, wie viel Wolle hast du denn jetzt? Drei. Ja, das reicht für dein Bild. Zwei. Hier ist noch eins. Hier sind noch voll viele. Können wir später machen? Nein. Komm gleich nach. Wo bist du denn? Nina. Nina. Wo bist du? Ich sehe dich nicht mehr. Hallo? Bist du von... Abgehauen von zu Hause. Ja, wir haben ja noch kein Haus. Das versuchen wir in diesem Letztüberleben natürlich auch mal. Ach, Mist, jetzt kriege ich das Viech nicht. Doch, jetzt. Ich habe mich verlaufen. Hilfe. Ich gehe mal zurück. So, okay. Wo bist du denn, Mensch? Ach da. Hier. Hallo? Wo ist das Loch? Äh, hier hinten. Da können wir uns auch einen Ofen später machen. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Hier ist das Loch. Nicht runterfallen. Genau. Stufe für Stufe nehmen, bitte. Weil hier haben wir auch direkt Eisen. Siehst du das? Ja. Oh Gott. Aua. Erstmal normalen Stein abbauen, damit man hier sich sein Werkzeug craften kann. Mit der Steinspitzhacke am besten, ne? Ja, ja, habe ich. Oh, Kohle ist auch. Sehr schön. Das mache ich aber mit Dings. Das geht schneller mit dem. Mein Axt hat nur, ist schon fast kaputt. So, ich brauche Stecker. Ich brauche Stecker. So, dann, äh, ich hier so eine, so eins. Granit habe ich abgebaut. Granit? Schön. Ja. Machen wir das? Willst du hier was abbauen? Ich baue gerade Granit ab. Hast du Stein-Dinger schon? Stein habe ich ganz wenig mehr. Hier kannst du sonst auf, hier, ich packe dir das, ähm, guck mal, ich packe dir das, die Werkbank dann. Auf der Werkbank kannst du dir Werkzeuge mit dem Rezeptbuch auch craften. Ja, aber ich habe noch zu wenig, äh, Material, glaube ich. So. Ich baue hier ein bisschen jetzt hier von der Kohle ab. Wir brauchen Kohle, Mensch. Wir als YouTuber gerade. Wo bist du eigentlich? Ach so, da. Bin oben hier im Loch. Hier ist noch Diamant Süsch. Kommt man eigentlich auf der anderen Seite von dem Loch irgendwann raus? Ja, bestimmt. Mist, jetzt schwebt die in der Luft, die Werkbank. Ist nicht schlimm. Die kann man abbauen. Warte. Aufbauen, abbauen, aufbauen, abbauen. Genau. So. Ich tue die wieder auch direkt dahin, dann hast du hier da was. Da. So, und jetzt kann ich... So, nach da unten gehen wir, glaube ich, eher nicht. Was muss ich jetzt hier machen? Wenn du da auf dieses Buch klickst, dann zeigt er dir da eigentlich an, was du alles bauen kannst. Aber erst mal muss ich ja, äh, ach so. So. Oh Gott. Was kann man denn hier bauen? Verstehe das alles nicht. Wo sind denn hier Werkzeuge? Hier steht die ganze Zeit Hebel. Oh Gott. Ich glaube, du musst das Werkzeug einmalig auch selber bauen. Ich würde es aber nicht hier machen. Wir gehen am besten mal raus. Gehen wir jetzt weg? Ja, weil hier sind zu viele... Hau das Ding mit einem Baum kaputt. Genau. So, wir müssen uns den Weg hier rausbauen. Am besten springst du einfach und tust einfach Blöcke unter dich. Immer springen und darunter den Blöck. Kann ich nicht einfach... So, was ist das? Hast du es gehört? Was denn? Da war gerade so ein furchtbares Geräusch. Ja, das kann ein Dings gewesen sein. So, ich warte oben auf dich, Nina. Ich habe Angst. Keine Angst. Ich könnte schon das erste Zeug hier loswerden. Das brauche ich ja alles nicht. So, wie sieht es aus, Nina? Perfekt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier am Ufer ein bisschen entlang. Und gehen mal hier in den Wald. Ich folge dir, unauffällig. Hier hast du eine Steinspitzhacke, die kannst du mitnehmen. Technischer Fortschritt, weil Nina erkannt. Oh, ich habe es voll... Du bist voll die Technik-Freake, ey. Ja, Mann. Oh, Mann. So, wir haben hier ein bisschen Wolle. Die nehmen wir am besten auch immer mit. Weil das ist auch gleichzeitig Fleisch. Bleib stehen. Oh, wir müssen uns einen Ofen auf jeden Fall machen. Habe ich denn genügend Steine? Oh nein, jetzt habe ich die ganze Steine weggebrochen. Ich habe neun Steine. Ja, du kannst hier damit einen Ofen craften. Wie geht das? Auf die Werkbank musst du. Warte, ich tu dir die Werkbank hier. So. Und dann gehst du auf die Werkbank und drumherum baust du nur Steine. Drumherum. Nur nicht in die Mitte, sonst überall Steine hin. Drumherum Steine? Genau. Und nicht in die Mitte, wo Handwerk steht, ne? Oh Gott, es wird langsam dunkel. Aber da steht neun Stück. Ja, du hast doch neun Stück, oder nicht? Ja, neun Stück und die muss ich jetzt... Drumherum verteilen, jeweils einzeln. Und wie kriege ich die auseinander? Mit Rechtsklick lässt du einen immer ab. Achso. Es wird auch langsam dunkel, Nina. Es wird Zeit, dass wir uns irgendwo hinlegen. Ich mach uns schon mal unser... Jetzt stress doch nicht. Nachtlager. Ja, du, wenn du von den Zombies gefressen werden möchtest, bitte. So, und jetzt habe ich einen Ofen. Ja? Perfekt. Ja. Dann nimm den einfach mit. Die Werkbank kannst du auch abbauen. Dann kannst du mir helfen, unser Nachtlager aufzubauen. Okay. Was soll ich tun? Bist du hier? Loch bauen? Ich bin schon beim Loch dabei, komm, folgt mir einfach. Genau, hier einfach in die Ecke so weiterbauen. Wir brauchen einfach Platz. So, ich habe auch Fackeln hier. Warte. Wo ist denn die her? Den kann man sicher mit Stock und Kohle machen. Oh Gott, hier ist... Ich will zumachen. So, ich mache hier auch schon zu, damit keine Zombies kommen. Das haben wir uns eingegraben. Ja. Jetzt brauchen wir mal ein Bett, ne? Genau, ich habe zwei Betten. Wenn du willst, kann ich dir eins abgeben. Oder du craftest dir deins selber auf der Werkbank, die du hoffentlich mitgenommen hast. Jetzt? Genau, die Werkbank irgendwo hin tun. Na, und dann einfach mit dem Rezeptbuch kannst du dir ein Bett bauen. Wie kann ich die nochmal ablegen? Mit rechts. Okay. Wie du baust. Genau. So, äh, wo ist denn mein Bett? Mein Bettchen ist hier. So, ich lege mich schon mal hin, Nina. Dann warte ich auf dich. Wobei, nee, komm, ich stehe auch voll das jetzt hier zu langweilig. Und wie sieht es aus? Ich glaube, ich brauche anderes Holz, ne? Kannst du sagen, dass das Holzbretter waren oder irgendwie so? Eigentlich schon, ja. Ich habe sonst auch ein Bett, wenn du willst. Nee, ich würde das schon selber machen. Ja, bitte. Aber wie kann ich denn jetzt aus den, äh, Holzbrettern machen? Genau, dir sollte nur klar sein, der Tag geht nur 24 Stunden lang. Also so viel Zeit haben wir dann doch nicht. So, Holzbretter. Ich muss auch ein bisschen was dazu lernen, ne? Das geht ja nicht so. Ja, gut, dass du das erst in der 400. Folge sagst. Wie bitte? Wie bitte, weiß. Was? Was? Ich glaube, du bist wohl von einem guten Geist dann verlassen. Ich habe ein Bett. So was von. Schön. Dann kannst du es hier links neben meins hinstellen. Ja, und dann mit Rechtsklick reinlegen. Und dann wachen wir auf, wenn es wieder schönen Tag ist. Dann sind auch keine Zombies mehr da. Ach, schön. Das ist herrlich. So, das heißt, wir können das hier mitnehmen. Die Werkbank nehmen wir auch wieder mit. Die Fackeln nehmen wir auch mit. Habe ich jetzt mein Bett abgebaut? Eins habe ich abgebaut, dann kann ich das andere auch mitnehmen. Okay, let's go. Es geht wieder raus. Pass auf, aber hier können irgendwo noch Skelette sein, ne? Dass du Bescheid weißt. Ah, da ist einer, der brennt. Wo? Ja, das ist ein Zombie. Mir passiert nichts. Ich würde sagen, wir gehen hier mal in diese Richtung weiter, wo der Zombie herkommt. Wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo ein Dorf mal finden. Oh, wir brauchen deinen Ofen, Nina. Wir brauchen deinen Ofen. Soll ich den da hinbauen? Ja, wir haben Hunger, wir haben Hunger, wir haben Hunger. Wir haben Hunger, wir haben Hunger, wir haben Hunger, wir haben Hunger, wir haben Hunger. Perfekt. Ich packe da die Holzbretter rein. Und hast du Fleisch reingepackt? Ich habe jetzt Fleisch reingepackt. Ich habe 33 Mal Fleisch. Perfekt. Wir können jetzt ein bisschen warten. Wir können ja in der Zeit ein bisschen hier die Umgebung abchecken. Und Holzbretter auch rein? Oh ja, wie du willst. Du kannst auch unten da rein in die Öle. Kann ich auch normales Holz reintun? Nee, nee, Holzbretter müssen dann, glaube ich, rein. Und ich schaue mir hier schon mal ein bisschen die Umgebung an, wo wir dann hingehen. Ich würde sagen, wir gehen in diese Richtung. Wo bist du denn? Ich bin hier oben irgendwo auf dem Baum. Seh dich nicht. Ja. Na gut, ich gehe mal zum Ofen zurück. Ich bin die ganze Zeit beim Ofen. Schon Hunger. Schön. Das finde ich schön. Ist das jetzt schon fertig? Ja. Du kannst hier mit Rechtsklick schön immer was rausnehmen. So, ich esse auch ein bisschen was. Nina und ich beim Dinner hier. Ihr hört, wir essen sehr, sehr laut. Ich habe jetzt alles voll. Und du? Bei mir fehlt noch eins. Einen Moment. Ich würde ganz gerne... Wenn wir jetzt den Ofen abbauen, ist dann das Fleisch und das Holz dann... Nee, das ist nicht weg. Das ist dann alles wieder da. Okay. So, siehst du? Das hast du alles bekommen. So, dann Nina, folge mir. Es geht weiter in der Reise hier bei uns. Oh, guck mal, hier ist Kohle. Das brauchen wir. Aber 100%. Oh, ich habe mich verletzt. Du hast dich verletzt. Ich bin zu weit gesprungen. Wie das? Ich habe ja... Oh, Mann, Mann, Mann. Ich muss mir wirklich... Oh, nein. Ich kann mir gar nichts mehr... Was war das? Was denn? Ein Geräusch irgendwo her. Ich habe nichts gehört. Ich habe es gehört. Gut, ich brauche... Ich habe die Kohle abgebaut. Ja, schön. Ich esse noch ein bisschen was. Beide hauen drauf, bis zum Gehen nicht mehr. Eingesammelt. Meine Kohle. Finger weg von meiner Kohle. Naja. Okay. Ich kann eigentlich auch weiter. Nein. Doch. Ich brauche auf jeden Fall hier... Nein. Nein, lauf nicht weg. Da ist noch so eine Höhle. Und da ist ein Huhn. Ein Huhn! Und eine Kuh. Also in der ersten Folge geht es natürlich hier beim letzten Überleben darum, dass wir hier schön ein bisschen was abbauen. So, Nina, wir sind schon auf dem richtigen Weg hier. Sollen wir weiter? Hallo, kümmere dich doch nicht um die Kühe, Mensch! Lass sie in Ruhe, sie wollen nur in Frieden leben! Ich wollte ein bisschen was zu essen und nicht schnappen. Oder das. Egal. Ja, ich gehe weiter. Äh, hier ist eine Höhle. Oh, hier ist auch Eisen. Direkt mitnehmen. Da die Eisenwüstung sehr, sehr stark ist. Das müssen wir aber erstmal noch in den Ofen tun, damit wir Eisenbarren haben, tatsächlich. Ist das hier Erd oder Eisen? Das ist, äh, Diorid oder wie hieß der Stoff? Weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Was haben wir hier? Eine Kuh. Oh, hier muss irgendwo Lava sein. Ja, ich habe Lava entdeckt. Wo? Bist du hoch oder runter gegangen? Ich bin in eine andere Höhle gegangen. Bist du in der Höhle noch? Ne, ich bin hier rausgegangen. Wo denn? Ach, da. Hier, komm mal. Hier, folgt mir. Genau, da geradeaus. Das, siehst du schon das Licht? Das hier Lava? Hier. Ah, oh, oh, nicht reinlaufen. Ich höre Monster. Aber hier ist auch nichts. Oh Gott, du kannst. Ne, hier ist aber auch nichts. Ich höre Zombies oder so. Oh, das ist nicht schön. Dann sollten wir uns schnell hier verziehen. Dann weiß ich aber nicht, aus welcher Richtung das kommt. Ja, das stimmt. Das ist immer sehr, sehr schwierig. So, wir haben uns hier im Wald ein bisschen verirrt. Aber für die erste Folge haben wir das doch gar nicht so schlecht gemacht, Nina. Wir leben noch. Wir leben noch. Also, hallo? Wir haben einiges zu essen. Das ist auch gut. Wir haben uns Becken gebaut. Ich habe ein bisschen was dazugelernt. Lauf die ganze Zeit Kahn hinterher. Erstmal wie du zitterst. Finde ich nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht, ehrlich. So. Nicht mich hauen. Zieh mir was ab. Ich würde sagen, wir warten noch bis zum Einbruch der Nacht, Nina. Ja. Wobei, nee. Ich finde, wir haben uns, bevor wir jetzt hier noch sterben oder so, wir haben uns für die erste Folge echt gut geschlagen. Bevor wir sterben, schnell ausmachen. Genau. Also, ich finde, wir haben uns sehr, sehr gut geschlagen, Nina. Yes. Also, wir können stolz auf uns sein. Finde ich auch. Sehr sogar. Nina ist schon sehr, sehr müde mittlerweile. Ach, ja. Das ist total anstrengend für meinen Körper. Ich habe Puls. Ich habe die ganze Zeit Monster, die mich verfolgen und so. Komm mal ein bisschen zu mir. Komm mal ein bisschen zu mir. Ja? Noch ein bisschen. Jetzt guck mal in die Kamera. Guck mal in die Kamera. Nee, zu mir gucken. Jetzt ein bisschen zu... Nee, wo ich hingucke, hingucken. Und jetzt ein bisschen an die Seite. Ich fäll runter. Nein, ein bisschen. Nein, zu wo du hergekommen bist. Nein, wo du hergekommen bist. Jetzt wieder... Oh. Nein. Ich wollte eine schöne Nahaufnahme von dir haben. Na, egal. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Domblochen. Wenn es euch gar nicht, dann gerne ein Problem. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Tschaui. Tschüss. Tschüss. Tschüss.